Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute mache ich ein Unboxing Video. Da sind neue Tennis Schuhe für draußen drin. Also fangen wir an. Das sind die Nike Air Zoom Vapor Sand für Clay. Das ist für Sand. Also packen wir sie aus. Hier sind die neuen Nikes. Mir gefällt hier die Farbe ganz arg. Das Nike Zeichen ist auch sehr schön gemacht worden. Mir gefällt auch immer wieder bei neuen Schuhen am meisten bei Tennis Schuhen der Geruch innen drin. Und hier steht auch noch, dass die Sohle hinterlässt keine Spuren. Ich zeige euch gleich, wie ich mit diesen Schuhen laufen werde. Also bis gleich. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020